Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem Let's Play Breakfast. Und jetzt mal einen Raum erstellen auf Beginn 4. So, Beginn 4, Raum 17. So, Beginn 4, Raum 17. Da müssten jetzt gerade noch meine Teamkollegen kommen. So. So, jetzt gucke ich mal, ob eine kommt. Und ihr seht, ich habe mir jetzt meine Piranha geholt. Ich habe mir Piranha geholt, anstatt was anderes. Weil, ich halt. Und meine nächste Waffe wird vielleicht... Ähm, wo war sie nochmal? Die auf jeden Fall nicht. Die hier? Ja, vielleicht auch die. Warte mal, ich sollte 24, komm, was... Ah, Beginner 2. Ich sollte mal Beginner 2, Raum 24 gehen. Dann gehe ich mal kurz. Schreibe ich mal kurz. So, muss ich mal kurz in den Channel Time. Ich könnte mal kurz in den Channel Time. Nee, 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 nee. So, Beginner 2, Raum 2, LP. So, ich will jetzt mal kurz in den Channel Time. noch mal Warte so da ist schon der Erste der will wahrscheinlich dass er sich beim LP dabei ist guuuuut und jetzt geht er auch schon wieder dem jetzt füge ich mal hinzu und kann keine Ahnung so ich den mal in meinen kleinen hinzufügen gut kleinen Schmied ist er mit Kommt jetzt überhaupt einer in Beginn des 2 Raum 2 so 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 gut der hat alles als Anfänger nur eine Hornet ich hab den jetzt gerade geschrieben die sollten kommen und wenn aber niemand kommt sind die schuld und der hier auf jeden fall auch ja gut jetzt kommt er so gut und die mensch dort und und kacke warum voll fähig Ui! Jetzt habe ich geschrieben ins Play. Jetzt habe ich geschrieben ins Play. So, so, so. Zeige ich Ihnen zwei. Ist fair. Da gebe ich jetzt mal Clan-Einladungen. Und Start. Und Start. Wir mal jetzt in die Runde rein. Jetzt schaue ich mal, ihr habt's. Clan-Einladungen. Jetzt hab ich noch kurz und jetzt schau ich rein. So, jetzt haben die Clan. Na gut, das geht nicht. Ich weiß, wo die jetzt hingegangen sind. Da war schon der Erste und da ist der Zweite. Und da ist der Zweite. Und da Wild Gamer ist grad schon mal gegnerisch. Die und die anderen merken. Kein Scheiß. Kein nichts. Die merken nicht. Wild Gamer in Gefahr. Da muss ich loslegen. Da trot sich die alle weg. Oh, oh, oh. Ich weine. Wild Gamer muss gehen. Wild Gamer muss gehen, Ton. Ja, er ist schon weg. Ja, da musste der Wild Gamer jetzt gehen. Weil er muss irgendetwas machen. Ich weiß nicht genau, aber irgendetwas. Und. Oh yeah. Die Ere. Die Gamer jetzt auch zeigen. Wie ist er aufgezeigt? Wie kann ich jetzt machen? Den Dreck gibt es hier. Wie kann man denn so? Das weiß man noch. wo schießt denn der einer Hallo Hallo. Mich haben die Evoman noch nicht... Na willst du die mit der Orion? Ist der Klon 700 rein? Ja der macht Klon 111 nach. Der nennt sich auch Klon. Geht's gegen dich aber es ist wahr. Du machst Klon nach. Klon hat übrigens Klon 117. Boah der fick dich. Oh sorry. Ähm. Du hörst mal gefälligst auf damit. Sonst raste ich aus. Ja ne. Ja. Ich hab keine Worte mehr. Ja gut das ist vom Anfänger gekillt. 140 Rüstung. Hat so einen tiefen Rang. Und macht Klon 117 noch. Das ist übertrieben. Aber was mich das Waffen wechseln angeht. Sorry Leute was ich das tue aber da. Warte. Daran bin ich halt immer gewöhnt. Spiderman. So ein bisschen weg. Was. Den hab ich so oft getroffen. Die Rolle. Sehen. Das. Und dieser. Thomas. Auf jeden. Woher hat er mich gesehen. Was. Ich sehe grad wir nehmen schon wieder 10 Minuten auf. Und daher musste er gehen in diesen. 10 Minuten. Und jetzt rennen wir mal hier bis hin. Warte mal Zeit. Mal gucken. Bis der sich vor zeigt. Jetzt machen wir's alle. 10. 10. 10. 10. Wir sind consent. Ich hab den mit. Man Mal gehen wirklich hinbekommen. wo völlig gemein war. Also etwas ist nicht nett. Rollen kann ich mal auf 4 bis 4. Das ist nicht wirklich nett. Genau, mit der Piranha. Der mit 140 Rüstung. Den habe ich mit der Piranha, habt ihr gesehen, gerade weggerutzt. Also der, hat jetzt mal mit meiner Piranha Bekanntschaft gemacht. So, jetzt sehe ich schon wieder in meine Granate drüber angucken. Und manche flüchten. Der mit der Snake hat 140 Rüstung. Boah, die sind alle da hinten. Er ey scoffe sie. Irgendwie stimmt etwas nicht mehr. Der Jack ist nicht mehr angezeigt. Gut, jetzt auch. So, äh... ich bin mir sehr ich bin mir sehr ich bin mir weiter mit meiner PIRANHIE boh ja 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 mein Kanal heißt Fabius PL ähm und jetzt ja da seht ihr alle Video von ihm aaaaaaah ja jetzt steh mich mal mit der PIRANHIE aaaaaaah nein 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 du stehst dich nicht boh ich nicht boh 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 ja ich hab allen er hat mich und daher wisst ihr jetzt wie ich heiße und daher könnt ihr jetzt meine Videos gucken vielleicht sollte ich das öfters im Blick verschreiben damit viele meine Videos gucken halt und Daumen hoch geben und ich freue mich wenn man mich äh klar an Fragen gibt und jetzt hab ich grad einen gesendet und darf ich mit der PIRANHIE an bin ich grad mal so freundlich und hier hinten ist einer der 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 mit oder und dann sehen wir uns im nächsten Bad wieder tschüss